Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Eins vorweg, ihr wisst es, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater, ich habe keine Glaskugel vor mir stehen und natürlich über all das, was ich hier spreche, soll keine Kaufempfehlung darstellen. Und bevor ich auf das grundsätzliche Thema AMC zu sprechen komme, natürlich einmal kurz wieder die Werbeaktion mit den Aufklebern, steht alles unten in der Videobeschreibung, wer einen möchte, bitte einmal oder kann einmal in der Videobeschreibung nachgucken. So sehen die aus und dann habe ich auch den Link hier zu OneDrive verlinkt, die Interesse haben, hier ein paar Fotos von dem gestrigen Tag in Frankfurt anzugucken. Man sieht es hier bei Reddit, 2,7.000 Likes und hier 1,9.000 Likes, hier richtig cooles Bild an der Frankfurter Börse. Aber kommen wir jetzt einmal direkt zu AMC und ich kann immer und immer wieder nur AMC Stock empfehlen. Die Mitgliederzahl wächst wirklich so extrem rasant und es sind wirklich sehr viele hilfreiche Informationen dabei. Natürlich, man sollte ein bisschen Englisch können, ansonsten kann man auch bei Mozilla zum Beispiel ein Add-on sich installieren, der hier alles automatisch übersetzt. Und wer hat es nicht mitbekommen, der Hedgefonds-CEO verkauft gerade sein Penthouse und da gab, oder gibt es jetzt die Gerüchte, braucht er vielleicht Geld. Es soll sich um 11 Millionen Dollar handeln, was er verkauft, also ich glaube, das ist ein Witz. Einfach aus dem Grund, 11 Millionen sind in dieser ganzen Situation ja sowas von unrelevant. Und ich möchte auch noch eine Sache zu sprechen kommen, ein YouTube-Kollege, so nenne ich es einfach mal, will übermorgen das Flugzeug nun starten lassen. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob das jetzt so stattfindet, wie gedacht. Es ist natürlich mit dem Wetter abhängig, aber auf jeden Fall, Banner ist schon mal da. Jetzt ist natürlich der nächste Schritt, dass das Flugzeug in die Luft geht. Auf jeden Fall, coole Sache, natürlich ein bisschen extremer als das mit dem LKB gestern, aber ist ja eigentlich völlig egal, was man macht. Hauptsache in meinen Augen, man macht irgendwas, um hier mit dabei zu sein. Und es gibt eine gute Nachricht und zwar eine neue Regel kommt ab dem 21. Juni. Das ist der Montagmorgen. Und hier ist es einfach so, dass die Hedgefonds werden überprüft. Ich versuche es jetzt einfach so einfach wie möglich zu erklären. Sie werden überprüft, automatisiert überprüft, ob sie die entsprechende Liquidität haben für geliehene Aktien. Sollte das nicht sein, werden die automatisch geschlossen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Punkt. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Die Frage ist natürlich, inwieweit wird hier wirklich durchgegriffen. Da sage ich mal, da halte ich mich immer noch zurück. Denn, ja, man spricht ja, oder ich spreche auch sehr oft über die SEC, also die Börsenaufsicht in Amerika, in den USA. Ja, und normalerweise das, was hier abgeht, ist halt schon so eine extreme Marktmanipulation. Ich würde sogar ganz vorsichtig, in Anführungsstrichen, vom Betrug sprechen, was hier die Hedgefonds machen. Und das alles, ja, 100% eigentlich nachweisbar. Jetzt nicht durch uns Zuschauer oder Anleger, sondern durch die Börsenaufsicht. Ich denke mal, wenn sie mal die Büroräume von dem einen oder anderen Hedgefonds mal durchsuchen würden, würden sie hier auf jeden Fall was finden. Aber ich habe gestern oder vorgestern einen netten Kommentar gelesen. Die Hedgefonds sind ja anscheinend systemrelevant. Also, hört sich erst mal witzig an. Aber ich könnte es mir wirklich vorstellen, dass da ein Teil sogar wirklich dran, ja, eine Wahrheit dran ist. Aber da will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster rauslegen. Ja, heute war die Börse geöffnet. Hier ist eigentlich so gut wie gar nichts passiert. Aktueller Kurs 50,20 Euro. Es war kein großes Handelsvolumen heute. Ist aber auch für einen Sonntag absolut normal. Und, ja, Freitag haben es ja viele mitbekommen. Ich habe auch gestern in Frankfurt mich mit vielen unterhalten. Warum sind die 60 Dollar nicht geknackt worden? Ja, natürlich, weil die Hedgefonds dagegen gespielt haben. Und dann gab es ganz, 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 ganz oft die Frage, Alex, erklär mal, warum sprechen am Anfang erstmal alle über die 40 Dollar und jetzt auf einmal sind es die 60 Dollar? Und mittlerweile ist das eigentlich, ja, es gibt keine Beweise, aber es ist rein logisch. Einfach aus dem Grund, die Hedgefonds fangen schon mit dem Hedgen an, sobald sie sich in die Nähe von einem bestimmten Bereich befinden oder nahe kommen. Und das bedeutet, schon bei 38, 39 Dollar fangen sie an zu Hedgen. Und dementsprechend gehe ich auch sehr stark davon aus, dass die 40 Dollar Optionsscheine schon gehedgt worden sind. Die 50er weiß man nicht so ganz genau. Aber nichtsdestotrotz, die Zahl, ja, würde sich dadurch natürlich etwas verringern. Aber sie ist immer noch vorhanden und nun haben sie bis Mittwoch Zeit, das, ja, zurückzukaufen. Und dementsprechend glaube ich persönlich, dass wir nächste Woche auch einen gewissen guten Kurs sehen werden. Und wenn man sich jetzt einmal, da komme ich gleich, also bleibt gerne noch dran, da komme ich nämlich zu sehr interessanten Themen. Und zwar, das gesamte Volumen, kann man hier sehen, vom 18. ist 59% davon, wird nur im Darkpool gehandelt. Also man sieht es hier wirklich eigentlich über 50% dauerhaft, sogar 60%. Und das ist schon wirklich extrem. Und ja, ich komme, wie gesagt, gleich auf einige Zahlen zu sprechen, also ihr werdet erstaunt sein. Und dann natürlich die Fails to Deliver. Das sind Zahlen, wo hier hervorgeht, wie viel, ja, aus dem Darkpool, beziehungsweise, sorry, wie viel nicht echte Aktien oder mit nicht echten Aktien hier, ja, der Kurs oder die Aktien gekauft und verkauft wurden. So möchte ich es einfach mal ganz einfach gehalten formulieren. Das bedeutet, am 28.05. wurden 174.000 Optionen von nichtoffiziellen Aktien gehandelt. Und das ist in meinen Augen, ja, man sieht es hier, 3 Millionen, eine sehr interessante Zahl. Denn ob die jetzt wirklich zu 100% stimmt, sei mal dahingestellt. Ich würde sogar sagen, das ist noch zu wenig. Aber das ist wirklich eine interessante Zahl, oder sehr interessante Zahlen. Und da bin ich gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Und ja, man sieht es hier, die 55 Dollar haben wir erreicht. Und dementsprechend müssten, ja, 375.000 Optionen eigentlich zurückgekauft werden, bis Mittwoch. Die Frage ist halt, wie viel wurden schon gehadget? Das ist eine sehr, sehr große Frage. Die kann eigentlich keiner beantworten von uns. Das können nur Hedgefonds beantworten. Das sind aber Insider-Informationen, die wir so nie herausfinden können. Aber was ich hier auch immer interessant finde, ist, dass man mittlerweile schon hier ganz unten 669 Dollar sieht. Also sehr interessant. Ich denke, bei uns alle würde es freuen, wenn wir hier auf jeden Fall sehr kurzfristig landen könnten. Und bei Ortex finde ich eigentlich eine ganz, ganz coole Twitter-Seite. Ortex, ich denke mal, jeder kennt es. Und hier könnt ihr es sehen, seit Anfang des Jahres haben mittlerweile Short-Seller ungefähr 4,7 Milliarden Dollar verloren. Also wirklich extrem. Ich glaube, es sind sogar noch viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Aber man muss natürlich auch dazusehen oder dagegen rechnen, die Hedgefonds, die sind ja jetzt gerade nicht nur in AMC drin, sondern sie verdienen auf anderer Seite ja trotzdem noch Geld. Ist natürlich blöd für uns, denn sie haben allgemein sehr, sehr viel Geld zur Verfügung. Und über was oder was gibt es noch für Informationen, die ich heute so gesehen habe? Und zwar hat ein anderer YouTuber hier Daten vorgegeben oder ein Screenshot gezeigt vom 18. und 20. Juni. Angeblich sind am 18. Juni 470 Millionen Positionen im Darkpool. Und zwei Tage später, beziehungsweise heute, sind es 498 Millionen, also 28 Millionen mehr an Positionen. Das ist wirklich enorm. Insgesamt geht es hier um jetzt aktuell minus 26 Milliarden Dollar an Positionen natürlich. Und das ist in meinen Augen wirklich sehr, sehr interessant. Also, ob das jetzt so stimmt, sei mal dahingestellt. Ich zeige jetzt das Video oder den Screenshot nicht, weil ich weiß nicht, ob man es darf. Aber er hat doch hier einen Screenshot, gucke ich mir gerade an. Ihr könnt es halt eben gerade nicht sehen. Aber ob jetzt wirklich 500 Millionen Aktien aktuell im Darkpool sind, ich würde fast behaupten, das ist sogar zu wenig. Und dann gibt es noch eine, hat er noch einen Screenshot und zwar über eine Strafe von 2020. Da haben sie 10.000 Dollar Strafe bekommen wegen, ja, ich sage jetzt mal nicht Manipulation, wegen komischen Dingen, die gelaufen sind. So möchte ich es mal formulieren. 10.000 Dollar Strafe bei einem verwalteten Vermögen von 35 Milliarden US-Dollar. Also hier geht es um Cittel und, ja, muss man sich mal vorstellen, 35 Milliarden US-Dollar verwaltetes Vermögen und kriegen 10.000 Dollar Strafe. Also da lacht sich doch eigentlich jeder kaputt. Ja, dann natürlich AMC überall aktuell auf den ersten Platz, anhand dem, über welche Aktien gesprochen und sich informiert oder Leute sich informieren. Also auch ganz, ganz extrem. War ja immer so ein Hin und Her, aber jetzt ist AMC wirklich mit Abstand an aller, aller erster Stelle. Und, ja, wie geht es morgen weiter? Wie geht es diese Woche weiter? Ich konnte mich ja gestern in Frankfurt sehr schön mit einigen Leuten unterhalten. Die wollten natürlich auch wissen, wo könnten wir nächste Woche landen. Ich mache das eigentlich am Wochenende immer sehr ungern, überhaupt über irgendeine Prognose zu sprechen, denn ich gucke mir eigentlich immer erstmal den Montag an, wie ist allgemein das Handelsvolumen, wo bewegen wir uns hin. Ähm, und dann schließe ich halt aus meiner persönlichen, äh, Argumente, die ich für mich finde, wo könnten wir landen. Aber, um es einfach mal so grob zu sagen, definitiv werden wir am Freitag wieder mit einem neuen Höchstfreitagsstand schließen, so wie seit Wochen, davon bin ich eigentlich zu 1000% überzeugt. Und, dann natürlich könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir diese Woche die 100 Dollar mal kurz anschneien. Das heißt nicht, dass wir mit dem Kurs schließen am Freitag, aber zumindestens anschneien. Das ist so meine persönliche Prognose, wie nächste Woche jetzt erstmal allgemein gehalten so verlaufen wird. Ich denke, morgen werden wir erstmal positiv in den Tag hineingehen, dann wartet natürlich jeder ab, wie verhält sich der Börsenstaat der USA. Und dann, morgen Abend bei meinem neuen Video, kann ich auf jeden Fall schon mal eine weitere Prognose für die restliche Woche, für die restlichen zwei Wochen oder für die nächsten zwei Wochen auf jeden Fall abgeben. Ich danke euch fürs Zusehen und wer sich fragt, warum heute, kommt heute ein Video etwas später, einfach aus dem Grund, weil ich bis gerade noch Briefe verpackt habe mit den Aufklebern. Also, wer Interesse hat, in der Videobeschreibung ist alles erklärt. Danke fürs Zusehen und bis morgen.